Herzlichen Dank, Kollege Kaufmann. – Das Wort hat der Abg. Willi van Ooyen, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch ich schließe mich dem Dank, den meine Vorredner hier losgelassen haben, an, ausdrücklich auch an Frau Goos, die der Debatte folgt. Denn wir brauchen immer die Hilfe und Unterstützung des Budgetbüros. – Vielen Dank dafür. Der Haushaltsentwurf, den die Regierungsfraktionen heute beschließen wollen, nutzt trotz vergleichsweise hoher Steuereinnahmen nicht die Möglichkeit, die notwendigen Investitionen in die Zukunft zu tätigen. Nach wie vor ist das Sparen oberstes Ziel. Herr Kaufmann hat schon süffisant die schwarze Null zum Ende des Jahres prognostiziert, bleibt der Fetisch, dem die Haushaltspolitiker von CDU, Grünen und FDP, aber auch leider manchmal der SPD, nachhängen. Vizepräsident Frank Lortzmann, Präsident Norbert Kartmann, 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 – Null ist Null –, ob die Rot, Grün oder Schwarz sind, da ist nicht so wesentlich. Dabei wäre es so langsam an der Zeit anzuerkennen, dass es alles andere als nachhaltig ist, wenn man über Jahre und Jahrzehnte die Investitionen zurückfährt und dabei zusieht, wie die Infrastruktur langsam, aber auch sicher verschleißt. Es ist auch alles andere als gerecht gegenüber jungen Menschen, wenn man ihnen zwar weniger Schulden hinterlässt, ihnen aber dafür das Recht auf eine gute gebührenfreie Bildung von der Kita bis zur Hochschule vorenthält. Genau in diesen Fragen versagt die schwarz-grüne Landesregierung bei diesem Haushalt erneut. Wir haben deshalb eine ganze Reihe von Änderungsanträgen – ich darf es einmal sagen, es sind über 90 – gestellt, um deutlich zu machen, dass eine andere Politik möglich ist – aber nur, wenn man will. Aber von einem Politikwechsel, wie die GRÜNEN ihn vor der Wahl versprochen haben, ist längst keine Rede mehr. So haben die GRÜNEN in ihrem Wahlprogramm vor der Landtagswahl geschrieben – jetzt komme ich auf diese Vermögensteuer – mit einer Vermögensabgabe für Millionäre wollen wir die Schulden aus der Finanzkrise abbauen und mit der Besteuerung großer Erbschaften mehr Investitionen in Bildung ermöglichen. – Soweit das Zitat. Das war Ihr Wahlprogramm, Herr Kaufmann. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Tatsächlich gibt es dazu von dieser Landesregierung überhaupt keine Initiative, weil Sie es angesprochen haben, Herr Kaufmann, in Brandenburg und Thüringen steht die Vermögenssteuer in den Koalitionsverträgen. – Das will ich nur… – Bitteschön. Wenn Hessen beispielsweise das auch noch macht, dann hätte man möglicherweise eine Mehrheit im Bundesrat. Vielleicht gibt es den Weg. Den Weg gibt es schon, wenn man will. – Weil Herr Kaufmann in seiner ruhigen und besonnenen Art gleich wieder einmal darauf hingewiesen hat, wie das jährlich üblich ist, dass unser Antrag, die Vermögenssteuer zu erheben, für die Einnahme des Landes im Jahr 2017 nichts mehr nützt, weil man dafür natürlich einen gewissen Vorlauf braucht, möchten wir Sie – sehr geehrter Herr Kaufmann – darauf hinweisen, Sie hätten ein gewisses Recht, immer wieder dies zu wiederholen – seit 2008. Aber diesen Vorschlag machen wir, wie gesagt, seit 2008 in diesem Hause. Sie haben mit Ihrer Landesregierung politisch zu verantworten, dass diese Einnahmen aus der Vermögenssteuer nicht im Haushalt 2017 zu verfolgen stehen, und zwar nicht nur, weil es nicht geht, sondern weil Sie dies nicht wollen. Das ist der Punkt. Deshalb wollen wir mit unserem Antrag den Druck weiter erhöhen. Es ist ganz wichtig, dass wir uns angesichts dieser Haushaltsdebatte natürlich auch darum kümmern, dass wir noch einmal andere Einnahmesituationen benennen. Im Gegensatz zu Ihnen glauben, glaube ich, die Menschen draußen, dass, wenn wir die Regierung stellen würden, dass wir diese Vermögenssteuer auch einführen würden. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD Was möglich ist, etwa bei der Kinderbetreuung, haben wir mit unseren Anträgen deutlich gemacht. Es ist möglich, den Kommunen bei der Gestaltung einer qualitativ hochwertigen, beitragsfreien und bedarfsgerechten Kinderbetreuung zu unterstützen. Wir sind der Meinung, dass das Land in einem wesentlich höheren Maß die Kosten der Kinderbetreuung übernehmen muss. Einen entsprechenden Gesetzentwurf, wie die Pauschalen ab dem 01.07.2017 erhöht werden und die Kindertagesstätten beitragsfrei gestellt werden können, haben wir Ihnen als Gesetz vorgelegt. Wir werden heute noch darüber diskutieren. Ich mache mir aber keine Illusionen. Das will die schwarz-grüne Regierung überhaupt nicht. Die GRÜNEN haben das sogar sehr deutlich schon in ihrem Wahlprogramm formuliert. Dort kann man lesen. Erst wollen wir eine ausreichende Zahl von Betreuungsplätzen schaffen und die Qualität verbessern. Erst danach kann für uns das Thema Beitragsfreiheit auf der Tagesordnung stehen. Das ist das Zitat aus Ihrem Wahlprogramm. Warum die SPD-Fraktion haben die Strafzettel? Früher, vor drei Jahren. Herr Kollege Schäfer, das war früher. Das war früher, vor drei Jahren. Herr Kollege Schäfer, das war ein SPD-Fraktion auch. Herr Kollege Schäfer, wir haben auch andere zuzustellen. Okay. Nun ist das Problem aber nicht nur, dass die Landesregierung nichts unternimmt, um ausreichend qualitativ hochwertige Betreuungsplätze zu schaffen, sondern die Kommunen einfach auf den Kosten sitzen lässt. Am Ende gibt es weder das eine noch das andere in Hessen. Es gibt mit Schwarz-Grün weder ausreichende Betreuungsplätze noch die beitragsfreie Kita. Denn die Kommunen sind in Hessen weiter völlig mit den Aufgaben überfordert, vor denen sie stehen. Gerade bei den Investitionen gibt es bei ihnen auf unabsehbare Zeit Aufholbedarf. Denn strukturell haben die hessischen Kommunen ihre Investitionen in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer weiter reduziert. Die Folge ist, dass nicht nur die aktuellen Herausforderungen, für die das Geld fehlt, sondern die öffentliche Infrastruktur in vielen Bereichen so weit abgeschrieben ist, dass es jetzt an der Zeit wäre, für eine schnelle Unterstützung der Kommunen bei den Investitionen immer offensiver nachzuarbeiten. Gerade die Investitionen, die die Kommunen brauchen, zeigen, wo mehr Geld im Land gebraucht wird. Es reicht eben nicht, nur von der Hand in den Mund zu leben. Vielmehr müssen die Kommunen endlich wieder in die Lage versetzt werden, ihre Infrastruktur auf einem ordentlichen Stand zu bringen, etwa wenn es darum geht, Schulgebäude und Schwimmbäder zu sanieren. Ähnlich sieht es auch bei den Investitionen in den öffentlichen Wohnungsbau aus. Der ist seit Jahrzehnten sträflich vernachlässigt worden. Die Folge ist, dass sich viele Menschen, selbst mit mittlerem Einkommen, in den Ballungsräumen keine angemessene Wohnung leisten können. Deshalb fordern wir, dass das Land endlich mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau und für Wohnungen für Studierende zur Verfügung stellt. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe von der SPD – Auch hier sind von der Landesregierung keine Impulse zu sehen, die eine Trendwende am Wohnungsmarkt einleiten würden. Genauso wenig tut das Land Hessen bei der Krankenhausinvestition. Gerade im klinischen Segment der Gesundheitsversorgung gibt es einen ruinösen Wettbewerb, der nur für die großen Gesundheitskonzerne Vorteile bringt. Alle anderen wie Patientinnen, Mitarbeiterinnen, die kommunalen und kleineren Häuser und weitere Beteiligte leiden darunter. In hessischen Krankenhäusern gibt es einen erheblichen Investitionsstau. Fehlende Investitionszuschüsse seitens des Landes sind ein wesentlicher Grund für die hohen Defizite bei etwa 40 % der hessischen Krankenhäuser, die zu einem großen Teil aus den kommunalen Haushalten getragen werden müssen. Dies geschieht, obwohl die Kreise und kreisfreien Städte eine Krankenhausumlage an das Land leisten, es sich somit zu einem großen Teil aus den kommunalen Haushalten selbst getragen werden muss. Dies geschieht, wie gesagt, in einem Bereich, in dem sich der Haushalt bewegt, nämlich bei der Reduzierung der Arbeitszeit der Beamten. Ich will noch einmal kurz darauf eingehen. Hier gesteht die Landesregierung zu, dass die Arbeitszeit ab dem 1. August auf 41 Stunden reduziert werden soll. Angesichts der Sonderopfer, die die Beamtinnen und Beamten in den letzten Jahren erbringen mussten, stellt sich aber schon die Frage, warum sie überhaupt noch länger arbeiten sollen. Denn Fakt ist, dass die Beamtinnen und Beamten diese Arbeitszeitverkürzung durch die Abkoppelung von der allgemeinen Lohnentwicklung selbst zu bezahlen haben und das Land sich weiter auf ihre Kosten den Haushalt zu sanieren sucht. Wir fordern, dass beides ein Ende hat. Wir wollen die Arbeitszeitnormalisierung für die Beamtinnen und Beamten und die zeit- und inhaltsgleiche Übertragung der Tarifabschlüsse. Die Beschäftigten des Landes dürfen neben den Investitionen eben nicht weiter vor allem der Posten sein, bei dem das Land den Haushalt saniert. Denn auch wenn die Landesregierung behauptet, sie würde zusätzliche Stellen schaffen, dann ist das nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich werden auch in diesem Jahr über 500 Stellen im Landeshaushalt gestrichen. Genau diese Personalpolitik lehnen wir ab. Vielmehr muss das Personal endlich ordentlich verbietet werden. Gerade im Bildungsbereich brauchen wir auch endlich eine echte Ausweitung der Stellen, damit jungen Menschen eine gute Bildung zuteil wird. In diesem Landeshaushalt findet sich all dies nicht. Stattdessen wird weiter ein perspektivloser Regionalflughafen mit Millionen gefördert, und ein Nulpenverein bekommt zusätzliche Stellen für Zitronenfalter. Meine Damen und Herren, so sieht vielleicht schwarz-grüne Haushaltspolitik aus. Wie ein Politikwechsel aussieht, können Sie unseren Anträgen entnehmen. Wenn Sie für einen Politikwechsel wären, hätten Sie wahrscheinlich dem zugestimmt. Aber Sie wollen nicht. Vielen Dank. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vielen Dank, Kollege Willi van Neuen. – Das Wort hat der Abg. Jörg-Uwe Hahn, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind am Ende einer langen Debatte. Wir sind am Ende von viel Arbeit. Es gehört sich nicht nur so, sondern es ist uns auch ein Anliegen, sich bei allen zu bedanken, die an der Erstellung, der Erklärung, der Erläuterung und der Veränderung des Haushaltsplans 2017 für Hessen mitgewirkt haben. Genauso wie eine Reihe meiner Vorredner möchte ich mich auch bei unseren eigenen Kolleginnen und Kollegen hier im Hause vor groß bedanken. Ich möchte mich aber auch bei der Zuarbeit durch das Ministerium bedanken. Verehrter Staatsminister Dr. Schäfer, meine sehr verehrten Damen und Herren! Unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter in den Fraktionen haben aber auch einen gehörig guten Job gemacht. Alle diejenigen sollen hier mit einem Beifall bedacht werden. Es ist ja schön, wenn Kollege Kaufmann gute Laune hat. Dann haben die anderen auch eine bessere. Lieber Kollege Kaufmann, aber eines hat mich nicht beruhigt. Ihre Aussage, ich könne darauf vertrauen, dass Sie nicht in irgendeiner Weise an das Geld der Rücklagen gehen und Wahlkampf damit machen. Oder, was mich aber noch viel weniger beruhigt hat, ist die Aussage, dass jetzt konjunkturell alles so kommen würde, wie Sie es vorausgesagt haben. Ein bisschen provozierte mich heute Morgen der Antrag, den Sie zu einem anderen Tagesordnungspunkt eingebracht haben, wo Sie auf die nettoe Kreditaufnahme aus dem Jahr 2010 in Höhe von 2,5 Milliarden € verwiesen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, beamen wir uns einmal 6,5 Jahre zurück. Was war da? Da war eine Finanzkrise, die sich zu einer Wirtschaftskrise ausgeweitet hat. Diese Finanzkrise war zwei bis drei Jahre vorher überhaupt nicht erkennbar gewesen. Jedenfalls hat keiner davon gesprochen. Das Land Hessen hat ein Konjunkturprogramm in Höhe von 1,7 Milliarden € aufgelegt. Woher nehmen Sie eigentlich die Sicherheit, dass eine derartige Situation nicht wieder passiert? Woher nehmen Sie die Sicherheit? Ich kann Sie nicht sehen, diese Sicherheit. Ich will jetzt vom Hessischen Landtag aus dem Podium keine geopolitische Diskussion beginnen. Aber wir haben doch Umwälzungen überall in der Welt, von den Wahlen in Amerika, über die Veränderungen der Führerschaft in den G-20-Ländern. Es ist doch eigentlich bis auf Frau Merkel keiner mehr da, von denen, die auf den Bildern noch vor ein paar Jahren standen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wissen alle nicht, was die wirtschaftliche Entwicklung in Amerika bringt. Deshalb sagen wir liberale Freunde, so viel wie möglich Geld muss jetzt zum Schuldenabbau genutzt werden, so viel wie möglich Geld muss jetzt genutzt werden, damit wir in schlechte Zeiten wiederkommen, diese auch in irgendeiner Weise aktivieren können. Genau das macht dieser Haushalt nicht. Mir ist das aufgefallen mit den 2,5 Milliarden €, weil das spinkt so ein bisschen. Das ist die Masche von der CDU und insbesondere auch von der Landesregierung immer zu erklären, dass die FDP an allem daran schuld sei und sich von der gemeinsamen Politik verabschiedet habe. Diese 2,5 Milliarden € zusätzlichen Schulden im Jahre 2010 waren zu einem Großteil von der Alleinregierung Roland Koch verursacht. Ja, wir haben Sie dann mitgemacht, weil das Konjunkturprogramm schon aufgelegt war. Aber ich habe das hier von diesem Pult und mein Nachfolger als Fraktionsvitzender Florian Rentsch bestimmt hundertmal gesagt. In einem Buch für einen Ordnungsliberalen steht nicht drin, mache ein Konjunkturprogramm, sondern da steht etwas anderes drin. Trotzdem haben wir es mitgemacht. Also bitte, jetzt nicht noch so tun, als die FDP dabei war. Da war die Nettokreditaufnahme aber so hoch, und seitdem die FDP nicht mehr dabei ist, leben wir anders. Nein, nein, diese Geschichte zeigt etwa einen ganz anderen Weg. Aber ich komme wieder zurück zum Haushalt 2017. Lieber Kollege Arnold, einer nach dem anderen. Wenn Sie es Ihnen noch in irgendeiner Weise machen, dann machen Sie eine Wortmeldung, und dann können Sie sich gerne vom Pult noch einmal produzieren. Ich habe Sie jedenfalls ungestört Ihren Vortrag vortragen lassen. Aber ich will Bezug nehmen, lieber Kollege Walter Arnold, auf Ihren Redebeitrag. Ich habe mich schon gefreut, dass Sie begonnen haben, das Lob über die Haushaltssituation im Lande zu beginnen mit dem Schutzschirm. Das war Ihr erster inhaltlicher Beitrag. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es war vernünftige Politik, die die FDP und die CDU im Zusammenhang mit den Kommunen in Hessen gemacht hat. Eines der Produkte war der kommunale Schutzschirm. Leider haben Sie diesen Satz nicht gesagt, sondern Herr Wintermeyer musste dann hier sehr platt als Staatsminister äußern, dass die FDP sich von allem verabschiedet hatte, was gemeinsame Politik ist. Ganz im Gegenteil. Das Erfolgreiche ist z. B. der kommunale Schutzschirm. Wie er ausgestattet worden ist, liebe Freunde, ihr wisst es. Ich werde nie aus Koalitionsgesprächen zitieren, aber die FDP war dabei, als das gemacht worden ist. Vielen Dank für den Hinweis auf den Schutzschirm. Nächstes Mal bitte noch dazusagen. Da waren die Liberalen auch dabei. Lassen Sie mich aber vollkommen abgehen von Ihren Vorschlägen. Die haben wir jetzt schon 23-mal diskutiert. Ich gehe auch nicht mehr auf das ein, was der Kollege Schmitt zu Recht gesagt hat, dass es eigentlich für die Tüte ist. Jeder, der einen Freund namens Baum hat, sollte eigentlich keine Anträge stellen, weil das Papier, auf dem die Anträge gedruckt werden, doch nichts bringen, weil in einer doch sehr eigenständigen Art und Weise die Regierungskoalition aber auch alles abgelehnt hat, was die Opposition auf den Tisch gelegt hat. Ich möchte Ihnen sagen, zu Ihrem Entwurf für den Haushalt gibt es auch Gegenentwürfe. Es ist möglich, mit den Finanzmitteln, die das Land Hessen hat, die unsere Steuerzahler und Steuerzahlerinnen, die unsere Unternehmen erwirtschaften. Das sind ja nicht wir 110 Abgeordnete. Wir zahlen auch Steuern, aber nicht so viel, um einen Haushalt ausgleichen zu können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass man mit diesen Voraussetzungen mehr machen kann für eine vernünftige Zukunftsinvestition in Digitalisierung, in Bildung und in Infrastruktur. Wir wollen, dass dieses Land modern nach vorne geleitet wird und nicht, dass es mit kleinen Karos verwaltet wird. Wir wollen eine Digitalisierung, die es auch wirklich Wert hat, Digitalisierung zu sein, die auf der einen Seite die Mitarbeiter in der Verwaltung des Landes Hessen entlastet und auf der anderen Seite die Möglichkeiten schnellerer Entscheidungen für die Bürgerinnen und Bürger öffnet. Das geht in diesem Zeitalter nur mit einer enormen Anstrengung bei Digitalisierung. Dann müssen wir es auch tun. Interessant ist es auch, dass nachdem Florian Rentsch und ich die Vorstellung der FDP vorgestellt haben und wir vorgeschlagen haben, dass es einen Chief Digital Officer gibt, der nunmehr auch die Landesregierung gehandelt hat. Das ging ja relativ flott. Vielen Dank dafür, dass Sie etwas Ähnliches, nicht dasselbe, darüber wollen wir ja noch reden haben, wir haben im Haushaltsausschuss beschlossen, aber etwas Ähnliches gemacht haben. Es muss, ich sage jetzt sehr bewusst wieder, weil so etwas Ähnliches gab es ja mit Herrn Westerfeld und mit Herrn Lemke schon, eine Zentralisierung in der Verwaltung geben. Da kann jedes Haus nicht parallel arbeiten, sondern es muss zentralisiert werden. Das war der Vorschlag der FDP. Sie haben ihn abgelehnt, aber das mit wohlwollenden Worten. Herr Kaufmann, da hatte ich auch gute Laune, als Sie mir gesagt haben, euer Antrag von der FDP ist ja eigentlich gut, aber schade, wir können ihn leider nicht mit abstimmen. Aber möglicherweise treffen wir uns ja wirklich noch bei der Umorganisation. Es geht bei dieser Debatte in keinster Weise um Parteipolitik, sondern es geht darum, wie kann ich diese Verwaltung weiter fit machen, dass sie trotz höherer Löhne für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, trotz zusätzlicher Kosten woanders, effektiver und effizienter wird. Wir Liberale geben jedenfalls die Hand dazu und sind auch bereit, nicht immer nur populäre Maßnahmen als Opposition mitzutragen. Zweiter Schwerpunkt ist die Bildung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, in jeder Rede, nicht nur zu den Haushaltsplänen der Schule und der Kultur, sondern auch der Damen und Herren Fraktionsvorsitzenden, wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen, weiter in die Bildung in Hessen zu investieren. Herr Kollege van Ooyen, ich muss aber sagen, den Zustandsbericht, den Sie eben abgegeben haben, ist jedenfalls kein Zustandsbericht über Hessen. Sie mögen da vielleicht noch alte Länder im östlichen Teil Deutschlands vor Augen haben. So verlottert ist das Schul- und so verlottert ist das Kindergartensystem in Hessen auf gar keinen Fall. Es ist auch unfair, gegenüber den Kommunen so etwas zu äußern. Wenn ich heute Abend zu meiner Frau komme und sage, du Sozialdezernentin, ich habe jetzt im Landtag von Herrn van Ooyen gehört, deine Kindergärten verlottern alle, dann wird die ganz schön stinkig sein und auch zu Recht. So geht man mit Kommunalpolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht um, und gerade dann auch, wenn man das Basis nach meint. Aber Sie sind ja abgehoben. Sie leben ja gar nicht hier in dieser Gesellschaft. Sie leben ja in einer Scheingesellschaft. Aber trotzdem gibt es Dinge, die weiter ausgebaut werden müssen. René Rock und ich haben schon in der letzten Legislaturperiode von diesem Pult aus in den Kabinettssitzungen und in den Koalitionsrunden darauf hingewiesen, dass frühkindliche Bildung der Schlüssel zum Erfolg ist. Nur, was Hänschen lernt, kann Hans nachher machen. Hänschen lernt auch einfacher als Hans. Liebe Kollegen, merkt ihr das nicht selber bei euch selbst? Merkt ihr das nicht selber bei euch selbst? Frühkindliche Bildung ist deshalb ganz besonders wichtig. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass das erfolgreiche Programm, das wir in der letzten Legislaturperiode aufgelegt haben, so viel zum Thema Kontinuität von Stephan Grüttner damals schon bekämpft und jetzt wieder eingestampft worden ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen im vorschulischen Bereich mehr für Bildung tun. Das ist nicht nur eine Frage der Integration von Migrantenkindern, sondern das ist eine Chance für jeden jungen Hessen. Wer nicht altersgerecht Deutsch kann und seine Schultüte bekommt, der hat schon im weiteren schulischen Leben verloren. Wer nicht altersgerecht Deutsch kann, ist nicht nur in Deutsch schlecht, liebe Kolleginnen und Kollegen, sondern er ist bis auf Sport und Musik in allen Fächern schlecht, weil er es nicht richtig versteht, was dort gelehrt wird. Er kann damit intellektuell nicht richtig umgehen. Was macht die Landesregierung? Diese Programme werden lieblos auslaufen gelassen. Es wird gesagt, es wird evaluiert. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Liberale haben da ein Gegenprogramm, und das Gegenprogramm heißt mehr finanzielle Ausstattung in die frühkindliche Bildung und darüber hinaus aber auch ein Ausbauprogramm für 100 Millionen € Investitionen in die Baulichkeiten, insbesondere von Schulen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht zu finanzieren. Wir haben es bewiesen. Letzter Schwerpunkt der Freien Demokraten in Hessen ist die Mobilität. Ein wesentlicher Bestandteil von Mobilität ist nun einmal, auch wenn es der Verkehrsminister nicht akzeptieren möchte, Straßen. Ich bin überrascht, dass ich gelesen habe, dass er nächste Woche tatsächlich an einem Straßenausbau teilnimmt persönlich. Ich habe jedenfalls in den letzten zweieinhalb Jahren nirgendwo gesehen, weder persönlich z. B. bei uns in der Wette aus eine große Umgehungsstraße, die Florian Rentsch als Verkehrsminister erlaubt hat, nämlich die Nordumgehung von Karben, erlaubt deshalb, weil das Finanzierungssystem ein besonderes gewesen ist. Das war kein KIM, das war wieder etwas anderes gewesen. Es wurde organisiert, es ist eröffnet worden. Vielen Dank, dass Frau Puttrich die Landesregierung vertreten hat. Aber eigentlich ist es Aufgabe des Verkehrsministers, bei einer solchen Maßnahme anwesend zu sein. Nein, er will keine Bilder haben. Er ist weder bei der Grundsteinlegung am Flughafen beim Terminal 3, noch ist er bei irgendwelchem Straßenbau. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so kann man Politik machen, und wir werden es in zweieinhalb Jahren sehen, wie das die Menschen in unserem Lande beurteilen. Nur eines ist klar, es wird für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes nicht von Vorteil sein. desto weniger funktionierende Infrastruktur wir haben, desto schwieriger kommt man von A nach B. Das gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz genauso wie für die Unternehmer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen deshalb das wahrmachen, was in der dopischen Buchung eine Selbstverständlichkeit wäre. Wir wollen nämlich beim Landesstraßenbau in Gänsefüßchen nur in Gänsefüßchen das in den Haushalt hineinhaben, das tatsächlich als Wertverfall in unserem Geschäftsbericht steht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eigentlich das Minimum von dem, wenn man Infrastrukturarbeit leisten will. Aber es ist um Längen mehr, als diese Landesregierung vorliegt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich deshalb zusammenfassend sagen, es gibt ein Gegenmodell für Ihre Haushaltspolitik. Dieses Gegenmodell haben wir Freie Demokraten vorgelegt und durchfinanziert, genau mit denselben Schwächen, die auch bei Ihrer Finanzierung sind. Herr Schäfer, tun Sie mir bitte einen Gefallen, insbesondere sich selbst, nicht wieder beim letzten Mal bei der zweiten Lesung aufzutreten und uns zu beschimpfen mit Dingen, wo Sie dann im Haushaltsausschuss sagen mussten. Ganz so war es ja auch nicht gemeint gewesen. Sie haben Ihre Töpfe, wo Sie nachjustieren können, wenn etwas klappt oder nicht klappt. Das hat etwas mit Zinsen zu tun. Das hat etwas mit Steuereinnahmen zu tun. Das hat etwas mit, mit, mit. Ich will jetzt nicht alle Tricks erzählen, damit die Kollegen, die nicht Fachleute sind, sie nicht alle wissen. Diese Tricks können wir genauso in Anspruch nehmen wie Sie. Eines lassen Sie mich aber zum Schluss sagen. Das hat etwas mit der Frage des Haushaltsdenken in Zukunft zu tun. Wir haben in diesem Haushalt fast nichts Dopisches, Herrinnen. Das ist alles noch kameral gedacht. Das ist alles noch nach der alten Schule gedacht. Als Roland Koch Ministerpräsident war, 1999 und 2000, begann das schon, hat er stolz darauf hingewiesen, dass er umstellen will, dass er von kameral auf dopisch umdrehen will, damit man sich so benimmt, wie man sich in einem Unternehmen auch benehmen soll. Herr Finanzminister, ich erwarte, dass wir uns in Zukunft intensiver und dopisch unterhalten. Einer dieser Anträge ist der zum Landesstraßenbau. Sie können ihn immer noch übernehmen. – Vielen herzlichen Dank. Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten der SPD der LINKEN und der LINKEN und der LINKEN und der LINKEN und der LINKEN – Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend keine Zustimmung im Bundesrat zu den Änderungen im Asylbewerberleistungsgesetz, Drucksache 19-4322 – Dringlichkeit ist bejaht. Das wäre dann Tagesordnungspunkt 41 und könnte mit Tagesordnungspunkt 20 und Tagesordnungspunkt 40 aufgerufen werden. Das ist der Fall. Dann wird das so gemacht. Jetzt hat Frau Kollegin Dorn also doch nicht. Herr Präsident, darüber gab es noch keine Einigkeit. Das ist ein Tagesordnungspunkt, der mit Afghanistan nichts zu tun hat. Wir würden vorschlagen, dass wir das gerne am Ende der Tagesordnung morgen behandeln können, aber einen Bezug zu diesem Setzpunkt gibt es aus unserer Sicht nicht. Also, ihr seid euch nicht einig. Im schlimmsten Fall müssen wir abstimmen. Wird hier wehtgelegt, oder sprecht ihr noch einmal miteinander? Sprecht ihr noch einmal miteinander, ob ihr das morgen macht? Können wir das so machen? Es wird noch einmal miteinander miteinander sprechen, wie es gemacht wird. Oder soll es gleich abgestimmt werden? Dann ist das das Begehren der LINKEN, dass das mit den Punkten 20 und 40 aufgerufen wird. Wer dem zustimmt, dann bitte um das Handzeichen. Das sind die LINKEN und die FDP. Wer ist dagegen? Das übrige Haus, damit ist das zweifellos die Mehrheit. Also abgelehnt. Sind wir uns einig, dass wir das morgen zum Ende der Tagesordnung machen? Alle einig? Gut. Dann machen wir das so, morgen zum Ende der Tagesordnung. Auch gut. Jetzt hat Herr Finanzminister das Wort. Herr Dr. Schäfer, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will mich zunächst sehr herzlich dafür bedanken, dass sich alle Redner des Hauses bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedankt haben. Ich will gerne den Dank weitergeben und ihn mit meinem eigenen Ergänzen. Es war, glaube ich, wieder jenseits aller sachlichen Unterschiede in der Beurteilung einzelner Fachfragen ein gutes Zusammenspiel am Ende der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Handelakteure hier im Hessischen Landtag herzlichen Dank dafür. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Ich will mit einer zweiten Vorbemerkung beginnen, damit das auch klar ist. Es gibt in manchen Redebeiträgen sich widerspiegelnde Frage, wer wann bei welcher Sache mit und nicht mitgemacht hat und vielleicht sich später irgendwo abgesetzt hat oder Ähnliches. Ich bin seit Januar 2009 in der hessischen Finanzpolitik dabei. Ich stehe zu allem, was wir in der gesamten Zeit gemacht haben. Insofern wären Sie von mir nie einen Satz der differenzierten Absetzung von den Dingen, die in unterschiedlichen Koalitionsstrukturen gefasst worden sind, sondern am Ende war ich dabei. Dabei bleibt es, meine Damen und Herren. Vielleicht schaffen das alle anderen auch irgendwie. Dann wird es in der Summe ein Stück leichter. Zweite Bemerkung. Danke für das gute Mitzählen. Das ist prima. Das eine war ja noch eine Vorbemerkung, Kollege Hahn. Deshalb komme ich jetzt zum Hauptteil. Schnitt, erste Bemerkung. Stichwort Verwendung höherer Steuereinnahmen. Ich glaube, das muss ich noch einmal deutlich sagen. Die Praxis vergangener Jahrzehnte, dass man mit höheren Steuereinnahmen des Jahres im Verhältnis zu den Prognosen Gutes oder Segensbringendes im Land kurz vor Weihnachten noch verkünden kann, ist vorbei. Herr Schmitt, deshalb ging auch Ihr Hinweis, dass die hohen Steuereinnahmen dieses Jahres für dieses oder jenes hätten Verwendung finden können, fehlen. Wir haben nur die Spielräume, sie entweder der Reduzierung der Neuverschuldung zuzuführen oder aber einer Konjunkturausgleichsrücklage. Die Reduzierung der Neuverschuldung führt automatisch zu einer Reduzierung der Neuverschuldung auf null, wenn das Geld ausreicht. Darüber hinaus geht es zu einer Tilgung. Wenn man dieses Geld wieder heben will, muss man sich eine Kreditermächtigung holen. Das Entnehmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage funktioniert nur, wenn die Steuern in eine andere Richtung abweichen. Für andere Verwendungszwecke besteht nach dem Gesetz, das wir gemeinschaftlich beschlossen haben, kein Spielraum. Ich glaube, wir müssen uns gemeinschaftlich an diese neuen Regeln so gewöhnen, dass jedenfalls die Debatte – ihr könntet mit dem vielen Geld anderes tun, als es generationengerecht zur Reduzierung der Schuldung einzusetzen – ein für alle einmal verabschieden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweite Bemerkung. Herr Hahn, ich hoffe, Sie haben jetzt im Hauptteil der Rede richtig gezählt. Die unselige Debatte um die haushalterische Auswirkung der Einführung der Vermögensteuer. Ja, ich kann bestätigen, es hat im Bundesrat bisher keine Initiative, zumindest seitdem ich dabei bin, mit einem Gesetzentwurf zur Einführung der Vermögensteuer gegeben – weder aus Thüringen noch aus Brandenburg noch aus Nordrhein-Westfalen noch sonst woher. Selbst wenn es ihn geben würde, wissen wir gemeinschaftlich, dass eine Bewertung der 35 Millionen Grundstücke nach den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1995, nämlich Verkehrswerte zu ermitteln, einmal mindestens fünf Jahre dauern würde. Ich sage deshalb mindestens fünf Jahre, weil das die Zeit ist, die wir für die Erfassung der Grundstücke für die Zwecke der neuen Grundbesteuerung veranschlagt haben. Das ist ein sehr viel geringerer Detaillierungsgrad, der da erhoben werden muss, als erhoben werden müsste, wenn Sie eine Vermögensteuer einführen müssen. Also rechnen wir einmal eher mit sieben Jahren. Das heißt, selbst wenn Sie die Thüringer überzeugen, morgen einen Gesetzentwurf einzubringen, wäre es noch nicht einmal möglich, in der mittelfristigen Finanzplanung die entsprechenden Gegenwerte einzunehmen, damit es einmal an der Stelle gesagt ist. Herr Minister, ich sehe auch noch ein bisschen, was der Kollege Boddenberg möchte eine Zwischenfrage stellen. Ich habe durch Ihre Regung gemerkt, dass Sie dem auch nachkommen. Herr Kollege Boddenberg, bitte. Vielen Dank, Herr Minister. Habe ich es richtig in Erinnerung, dass seinerzeit die rot-grüne Bundesregierung unter Bundeskanzler Schröder und Finanzminister Eichel unter anderem auch deswegen Abstand genommen haben von der Einführung einer Vermögensteuer, weil sie der Meinung waren, dass das Steueraufkommen nahezu zu 90 % von den Kosten einer solchen Einführung aufgefressen würde? Herr Minister. Ihre Erinnerung deckt sich zu 100 % mit meiner. Sehr verehrte Damen und Herren, dritte Bemerkung zur Sache des Haushalts. Ich habe versucht, aufmerksam zuzuhören bei den einzelnen Debattenbeiträgen, die, wie ich finde, von besonderer Sachlichkeit in der Diskussion gekennzeichnet waren. Ich habe auch schon dritte Lesungen hier im Hause erlebt, wo es ein bisschen unweihnachtlicher zugegangen ist. In der inhaltlichen Betrachtung habe ich jedenfalls jenseits des verbalen Vortrags, es gebe klare Alternativen, in der Regel immer nur den Vortrag gehört, man könnte an der einen oder anderen Stelle noch mehr machen, als die Regierung ohnehin tut. Das, finde ich, ist jedenfalls etwas anderes als ein vollständig anderer Plan. Zu einem vollständigen anderen Plan würde ja nicht nur das gehören, was natürlich ein Stück parlamentarisches Ritual ist, immer nur das zu beschreiben, was man gerne mehr hätte, aber geflissentlich den Teil des Redemanuskripts am Ende wieder mitzunehmen, wo die Teile aufgeführt sind, was man an anderer Stelle weniger machen will. Wenn wir uns in unseren finanziellen Korridoren hin zur Erreichung der Schuldenbremse bewegen wollen, dann gehört beides zusammen, nämlich einerseits zu sagen, ich möchte gerne für bestimmte Dinge mehr ausgeben, dann aber auch eine nachhaltige und vor allem strukturell dauerhafte Gegenfinanzierung zu liefern. Das jeweils einmalige Entnehmen aus einer Rücklage ist schön, aber jedenfalls, wenn man daraus nicht die mittelfristige Perspektive aufzeigen kann, wie es im Folgejahr und im Jahr darauf zu finanzieren ist, dann kann man mit solchen Vorschlägen bestenfalls einmal Investitionen haben, aber nicht eine strukturelle Verbesserung des Straßenbaus auf Dauer, eine strukturelle Verbesserung von kommunalen Investitionen im KFA auf Dauer. Es sind im Wesentlichen Vorschläge gemacht worden, die nicht einmalig wirken sollten, sondern solche, die dauerhafte Belastungen darstellen. Da bitte ich um Verständnis, dass ich dann verlangen muss, dass auch der Beweis einer strukturell sauberen Gegenfinanzierung geliefert wird. Das ist natürlich schwer, denn wenn ich strukturell dauerhafte Gegenfinanzierungsvorschläge liefern muss, muss ich auch Menschen in diesem Land sagen, wo ich ihnen weniger Zuwendung des Staates in Form von öffentlichen Mitteln zuteil werden zu lassen. Solange das nicht geliefert wird, wird aus dem alternativen Plan allerhöchstens ein kleines Plänchen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das muss auch gesagt werden in dieser Debatte. Meine Damen und Herren, ich bleibe dabei. Dieser Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2017 setzt den klaren Kurs hin zu einem Haushalt ohne neue Schulden fort. Wir sind nach wie vor guter Dinge. Vielleicht wissen wir am übermorgen, nach dem Abschluss des großen Steuervorauszahlungszeitpunktes, am 15. Dezember, schon ein bisschen mehr, dass es auch in diesem Jahr gelingen wird, nachdem wir es im letzten Jahr schon geschafft haben, einen strukturell positiven Finanzierungssaldo das erste Mal seit Ende der 60er-Jahre zu erreichen. Vielleicht schaffen wir es in diesem Jahr sogar, einen Haushalt mit Überschuss abzuschließen, mit der Möglichkeit, Vorsorge für die Zukunft zu treffen, in dem Rahmen, den ich geschildert habe. Ich bin guter Dinge, dass es uns gelingen kann, die Vorgaben der mittelfristigen Finanzplanung, wann wir auch im Haushaltsplanentwurf einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können, deutlich vor der verfassungsrechtlich gegebenen Grenze des Jahres 2020 vorlegen zu können. Das ist deutlich früher als eine ganze Reihe von Bundesländern um uns herum. Gehen Sie nach Nordrhein-Westfalen, gehen Sie nach Niedersachsen, gehen Sie nach Rheinland-Pfalz, wie viel größere Schwierigkeiten die haben, ihre Haushalte bis zum Jahr 2020 auf diesen Kurs zu bringen. Ich glaube, wir kommen mit dem Haushalt 2017, der ausgeglichenen Haushalt, auch im Entwurf, einen sehr, sehr deutlichen Schritt näher. Das ist gut so. Dafür bedanke ich mich, dass wir das gemeinsam in den parlamentarischen Beratungen gehalten haben. Lassen Sie mich ein Letztes hinzufügen. Natürlich ist das auch die Folge sehr gut laufender konjunktureller Entwicklung. Wer hätte im Jahr 2010, um an den Kollegen Dr. Hahn anzuknüpfen, das Vergnügen hatte, die Gesamtverantwortung für das Finanzministerium zu übernehmen und mit Herrn Zweimer die Fragen erörtert haben, die gerade anstanden, hatten wir im Haushalt soll des Jahres 2010 eine Nettokreditaufnahme von 3,5 Milliarden € veranschlagen. Dass es gelungen war, am Jahresende bis auf 2,5 Milliarden € zu begrenzen, war schon ein erster Silberstreif am Horizont. Aber ich glaube, niemand hatte damals die Erwartung, dass es uns gemeinsam gelingen würde, so schnell wieder auf den Wachstumspfad in Deutschland, aber auch in unserem Bundesland zu kommen, dass wir bereits im Jahre 2015 einen strukturellen Überschuss im Haushalt erwirtschaften würden. Auf der anderen Seite haben wir riesige Herausforderungen. Über die Kosten der Bewältigung der Flüchtlingsfrage ist hinlänglich diskutiert worden. Ich will es auch in diesem Hause noch einmal sagen. Wir werden in diesem Jahr etwa 1,8 Milliarden € im Ende in diesem Zusammenhang ausgegeben haben. Im kommenden Jahr werden es gut 1,6 Milliarden € sein, und im Jahr 2016 immer noch 1,5 Milliarden €. Das ist eine riesige Herausforderung, eine riesige Anstrengung, der wir uns aber mit vollem Engagement stellen, ohne dass auf der anderen Seite Leistungen für Bürgerinnen und Bürger an anderer Stelle gekürzt werden. Das ist für sich eine riesige Leistung dieses Gemeinwesens, meine sehr verehrten Damen und Herren. Beifall bei der LINKEN und bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN Deshalb bin ich auch froh. Ich hatte Ihnen im Haushaltsausschuss zugesichert, Sie zu unterrichten. Kollege Grüttner und ich haben heute in den Morgenstunden mit den Spitzen der Kommunalen Spitzenverbände ein Gespräch zur Gestaltung der Pauschalen für die kommenden Jahre geführt. Wir haben eine Grundsatzeinigung erzielt, die nun in den Gremien der Spitzenverbände noch abgesegnet werden muss, die es aber ermöglichen wird, langfristig berechenbar nachhaltige Finanzierungsstrukturen auch für die Kommunen zu haben. Ich bin sehr froh und dankbar, dass das am Ende gelungen ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deshalb zum Schluss bedanke ich mich noch einmal sehr herzlich bei Ihnen für den konstruktiven Dialog rund um den Haushalt bis hin zur Bereitschaft, noch zur dritten Lesung zwei aktuelle von der Bundesebene uns übermittelte Punkte mit in den Haushalt aufzunehmen. Auch das ist keineswegs selbstverständlich, aber erleichtert am Ende der Wohnungsbauministerin und dem Bauminister im Austrag des Bundes ein wenig die Arbeit. Herzlichen Dank dafür. Ich glaube, wir sind auf einem extrem guten Weg, die schwarze Null auch im Aufstellungsverfahren für den nächsten Haushalt für die Jahre 2018 und 2019, so wie wir es vorgesehen haben, zu erreichen. Das ist ein gutes Signal für unser Land. Herzlichen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Die Debatte ist beendet. Wir kommen zur Abstimmung in dritter Lesung über den Gesetzentwurf zum Haushalt 2.17 in der Fassung der Beschlussempfehlung des zweiten Berichts des Haushaltsausschusses. Nach § 19 unserer Geschäftsordnung ist am Schluss der dritten Lesung zunächst über vorliegende Änderungsanträge abzustimmen. Danach den Gesetzentwurf, gegebenenfalls mit den im Verlauf der dritten Lesung beschlossenen Änderungen. Ich lasse nunmehr über die Änderungsanträge der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN abstimmen. Drucksache 19, 4307. Wer ist dafür? Das ganze Haus. Gegenstimmen gibt es keine? Dann ist das einstimmig. Drucksache 19, 4308. Wer ist dafür? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Aktion DIE LINKE, Frau Öztürk. Wer ist dagegen? Die FDP. Damit angenommen. Drucksache 19, 4309. Wer ist dafür? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, DIE LINKE, Frau Öztürk. Wer ist dagegen? Die FDP. Damit angenommen. Damit sind alle Änderungsanträge beschieden. Wir kommen nun zur Schlussabstimmung in dritter Lesung. Wer für die Annahme des Gesetzentwurfs mit den zu eben beschlossenen Änderungen ist, den bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE, FDP. Wer enthält sich? Die Frau Öztürk. Damit ist der Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung des zweiten Berichts des Haushaltsausschusses in geänderter Fassung in dritter Lesung mit der vorher festgestellten Mehrheit angenommen und damit zum Gesetz erhoben. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, ihr Lieben, wir kommen zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 29. Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Landesregierung betreffend Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2016 bis 2020. Das ist die Drucksache 19 4219 zu Drucksache 19 3762. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? FDP. Wer enthält sich? SPD, DIE LINKE und Frau Öztürk. Damit ist der Finanzplan beschlossen. Damit ist der Haushalt insgesamt verabschiedet. Ich danke allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. Wir werden am Ende der Vormittagssitzung. Wir unterbrechen bis 15 Uhr. Ich wünsche alles Gute. Glück auf. Kommt wieder. Die Sitzung ist vorerst unterbrochen.